Ihr müsst zwei Runden machen bei der... Da steht auch überwiede ne Hindust und rein ne zwei Runden auf der Strecke. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, es sind zwei Runden? Ja, zwei Runden hab ich doch gesagt am Anfang. Achso, lol. Ich bin gleich durch. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ah, das ist nochmal das gleiche Scheiß. Bis dann, was geht? Bye, have a great time. Du hast runtergefallen. Kurz vorm Ziel. Okay, Marco. Du kannst es noch schaffen. Marco, geh nicht von der Mitte. Das ist am schwersten. Das lohnt sich gar nicht, ich schwör. Ich bin das vierte Mal durch die Mitte gegangen eigentlich. Ja, aber jetzt brauche ich nicht, andere Seite zu gehen. Ja, ist selber schuld. Das ist beim ersten Mal. Ich versuch's noch einmal dann direkt. Naja. Komm mal, komm. Zu weit. Boah. Mach doch einen Hechtsprung. Zu weit, Bro. Geh doch einfach in die Mitte. Mach doch einen Hechtsprung. Egal, schaff's noch. Das schaff's noch. Easy. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ey, direkt deinem Reflex ist mit dir echt unter aller Sau. Warte, 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 warte. Warte. Jetzt spring, 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 spring. Jetzt geht's richtig rum, spring. Ja, da muss ich glauben eben. Hechten, hechten. Marco, hechten. Ah! 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 Du bist einfach 35. Das ist richtig traurig. Egal, er ist durch. Er ist durch. Er ist durch. Du kannst mal wacht. Du ganz ehrlich. Ihr müsst zwei Runden machen. Bei der. Da steht auch über wie du in die Hindernis und rennert zwei Runden auf der Strecke. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, es sind zwei Runden. Ja, zwei Runden hab ich doch gesagt am Anfang. Achso, läuft. So. Alles gut, Bro. Es sind noch Leute los. Ja. Es sind drei Leute fehlen noch. Ich hab jemand übel gefickt. Es sind zwei Leute. Hast du ihn festgehalten? Weil ich ihn festgehalten hab, wie er unter den Runden gesprungen bin. Das ist richtig eklig, Bro. Das ist die richtige Ekelaktion, was du gemacht hast. Oh, Bro, ich hab den festgehalten, bis etwas kann, dann bin ich gesprungen. Er konnte ihn nicht springen. Er ist einfach weggeflogen. Boah. Ah, ja, genau. Wie weit vorne sind die dann schon, Alter? Yo, genau. Ja, das schaffe ich never ever. Bro. 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 Ja, genau. Wir gehen nach oben, du Fritzack. Ja, guck mal, der hat schon gewonnen. Danke. Äh, schade. Ja, genau. Die Bursch-Spieler, die Facesit-Spieler. Geil. Guck mal, wie bisschen wo wir sind, Alter. Ey, richtig schön unfair, eigentlich. Guck mal, dass die Hälfte stehen bleibt. Ich schwöre. Ah! Alles okay, Marco? Mach ich das Gefühl, dass bei ihm nicht alles okay ist. Hm, time, okay. Das war schon knapp. Das war schon knapp, Bro. Oh, Marco, ich... Oh, Marco, ich... Oh, Marco, ich... Oh, Marco, noch eine. Ach, komm, ich bin so scheiße. Ja, schubst die Leute einfach da rein, Bro. Ja, mach ich auch. Rechts, rechts. Scheiße. Oh! Okay, nochmal weiter vorne. Okay. Komm, nur noch zwei. Nein. Okay, rechts. Der ist auch nicht. Rechts. Verdammt, 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 verdammt. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Digga, wie die abkämpft, wo Allah. Das ist richtig eklig, Bro. Ah! Was gibt's? Hm. Oh! Nein! Nein! Immer festhalten und dann kurz davor loslassen. Ja. Aber danach hat der Delay, weil ich dann ist der Minus-Frame. Genau. Hast du das gesehen? Ja, ja. Du wirst so Karma kassieren, Digga. Ah, geh weg! Oh! Zwei Platten noch, Bro. Jetzt wird's spannend. Boah, wie bist du da durchgekommen? Ich weiß es nicht. Hey, wie kann man das schaffen? Niemand hat's geschafft. Guck mal, ausgeschieden. Vier von vier. Ja, aber einer hat's geschafft, Bro. Der ist noch irgendwie da drin gekommen. Der Krokodil auch noch. Jaref? Unlucky.